Hi! Willkommen zurück! Ja... Da bin ich wieder! Äh, ich weiß, es war total unprofessionell, aber ich hab vergessen einzukaufen. Ich hab mir jetzt 10 Supertränke. Dann 30 normale Tränke und 30 mal Shorts. Und halt neben mir die komplette Lösung für das Teil hier. So, du kommst oben in der Mitte rein, gehst ein Stück nach unten und nach rechts zur Leiter. Ja, wir sind zu dumm und müssen jetzt ein Tutorial nehmen. Von Herr Tutorial. Hm. Jo. Ja, uh, ich war ja nicht gesorgt. Gut. Nach unten und dann nach rechts. Anfang haben wir ja auch selber geschafft. Oh. Haha. Schutz! Schutz! Du brauchst ja jetzt auch so unbedingt. Jetzt hast du wieder 30. Das ist immer so scheiße, wie man nichts sieht, Alter. Weil wenn alles leicht aussieht und keine Steine da sind. Leiter gefunden. Du kommst in der Unterebene. Rechts unten in den LK musst du der Leiter nach oben. Dazu gehst du zunächst nach unten. Dann nach links und weiter nach oben. Oh, super Flanke Rüdiger. Verdammt. Daaaah. Achso, Fußball geht übrigens wieder weiter. Seit 20 Jahren. Oh, ein Item von. Beleber. Das ist gut. Ich hab mich verlaufen. So, ich hab mich auf. Okay, Jauhi. Jetzt bin ich an, zu zweimal kommen. Es hat einen TomTom. Hahaha. Hahahaha. Oh. Hahaha. Scheiße. Ja. Biliere. 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 Ja. Da drin ist, oder? Ja. Na, in der Park ging grad mal zwei Millionen. Oder drei Millionen. Doch, das ist schon so lange im Programm. Hier war ich doch, oder? Keine Ahnung, für mich sieht da alles gleich aus. Hast du ja schon wieder in den Pokémon? Darum bräuch ich mich ja schon wieder in Omega Rubin. So, nun bist du wieder in der Oberne. Diesmal links oben in der Ecke. Du musst ein Stück nach rechts und nach unten. Immer im Zickzack bist du. Oh. Ach, das ist der, bei dem ich gestorben bin. Ja? Ja? Ja. Klotwig, nein! Hm? Klotzack. Klotwig! Hm! Okay. Da. Durm. Clip. Drill. der Petter. Später Raab. Er nutzt einen Igler. Finde ich gut. Es war so klar, dass Neue da steht. Was macht der an der Mittellinie? Der Schab das in diesem Spiel noch auf die andere Hälfte zu kochen, sagst du. Ja. Georock. Also auf jeden Fall sind wir jetzt soweit wie vorher. Ja. Super. Bei dem Typen wo wir... Überlänge Part. Ich mach erst nur die Blutex oder der schafft das schon. Ich hab glaub mit seinem Metall... Klairschen. Zur Not hab ich Dickdreh. Der kommt super an. Alter. Das war aber ein klarer Elfmeter. Das war ein richtig klarer Elfmeter. Das sagt sogar mein Bruder oder? Ja. Selbst mein Bruder sagt's. Das war einer. Dann will ich die Wiederholung sehen jetzt mal. Warum hat das vorher nicht geklappt? Wenn die erst da durch'n Tor kriegen, Alter. Ist meistens so. Dann ist es Neujahrs Schuld. Gut, Rüdiger. Ich geh mal hoch. So, zickzack machen. Grüß dich. Bis zur Leiter in der Mitte, sagen die. Also hier irgendwo in der Mitte muss die Leiter sein. Das war ein klarer Elfmeter in meinen Augen. Ah, ich hab Leiter. Wer kommt mit Rachter? In der unteren Ebene bist du ebenfalls... Oh. Kruse. Ja. Kruse. Komm. Äh. Du in der unteren Ebene bist du ebenfalls. Du musst nach links bis zum Rand. Weiche dabei den Zwischenwänden und zunächst nach unten. Okay. Verstehst du das? Schöner Ball Kruse. Lauf einfach links unten irgendwas. Du musst schon finden. Ja! Nein! Ja! Tor! 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 Ja was? Groß! Endlich! Wenn wir durch unsere Leiter schreit und weiht. Weißt du, wer das vermeidet sich im Gewerge verlaufen? Beim Krohn war doch richtig verdient, Alter. Alter, bis auf Neuer sind da alle bei Krohauts. Aber das Tor guck ich mir jetzt an. Alter, guck mal wovon der geschossen hat. War richtig krass. Alter. Irgendwo hinter der Mittellinie abgezogen. Das von Müller verliert aber auch nochmal gut. Der rennt einfach so hinterher und schießt selber nochmal rein. Ach, hast du gesehen wie der Torrichter da stand so? Äh, ich wusste gar nicht. Irgendwie schon. Pummelov. Deiner Jogi. Mein Tipp war 1-0. Guck mal ob du bleibst. Mein Tipp war 2-0. Guck mal ob du noch eins schießen. Ja. Das war groß. Das war groß. War das gut gegen Pummelov? Hallo. Groß ist nicht so braun geschnitten. Sehr schön war das gut gegen Pummelov. Äh, Aero-Klaue. Keine Ahnung. Ich bin Fanat in Charme-Bolzen von Pummelov. Äh, Aero-Art war gut. Groß. Groß. Hudi-Ga-Baba. L-A-Rabi-Baba. Hudi-Ga-Baba. 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 Guck mal. Die Flanke war gar nicht mehr so schlecht, wenn die angekommen wäre. Ja, aber da stand keiner. Ha. Hudi-Ga-Baba. Hudi-Ga-Baba. Wie lange? Glutex hat dich in Pummelov verliebt, oah. Star für Liebe. Witz. Hudi-Ga-Baba. Guck mal. Hudi-Ga-Baba. Guck mal. Witz. Witz-Ga-Baba. Witz. Witz. Ich weiß nicht, ob Ronaldo denkt, dass er singen kann, aber... Doch, bestimmt. Ja, er denkt, er kann alles. Hummels, was macht der da vorne? Alter, was macht Hummels da vorne? Kann ich jetzt wenigstens Diktri rausholen? Ja. Das war ein schönes Tor von Kurt. Ich kann gerade sagen. Das war ein richtig schönes Tor. Vor allem, wie alle schon die Hände an den Kopf machen. Der Einpfosten und der Notrohr. Super. Nicht nur so... Ja! Wie man da im Video gehört hat, eiskalt. Er verdient also. Hauptsache, zwei nichtgegebene Elfmeter. Bei dem ersten hätte ich es noch akzeptiert, aber bei dem zweiten, der war ganz klar umgehauen. Auch wenn es bei Judas war. Ja, scheiß drauf. Wir hätten erst am Anfang der Aufnahmesession nicht sagen dürfen, dass jeder Judas treten darf. Der Fußball-Gott hat uns daher gehört. Taubsee, weil das gut eier er ja doch weiß. Ich... Ja. Ja. Ja, scheiß drauf. Hubert geht auch. Hubert geht auch. Hubert! 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 Ich überlebe das glaube ich nicht. Ja doch, das erste Pokémon überlebe ich. Dann war es ja Beleber. Alles kein Drama mehr. Ich hab einen. Na und? Wenn nur ein Pokémon stirbt? Ich hab das jetzt extra mit Dictray gemacht hier. Rude. Schaufler. Hatte keine Chance gegen mich. Solange der kein Dings da macht. Manche Torwärte würden nicht mal hier an den Strafraum verlassen. Und Neuer geht schon fast auf die zweite Hälfte. Esprowski. Sprint. Down. 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 Georock. Georock. Georock ist ein starkes Pokémon. Come on. Hat gegen Schaufler aber keine Schrauben. Höchstens zweimal. Boah. Bela Rabi macht ein gutes Spiel. Wieder. Wie gegen Polen. Down. Ah. Rüdiger holt ne Ecke raus. Wenigstens ne Ecke rausgeholt. Ja. Ups. Das war zu wenig. Ich bin dumm. Das ist viel. Ja. Ich bin dumm. Shoot. Ich bin dumm. Hm, Lucio, das wird verpicken, Kekke, erst ich, 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 bitte! Ich glaube, wir haben... Wenn, das sieht so richtig funky aus, yeah! Hm, Party! Party, Party! Yeah! Also! Pipi! Pipi! Der spielt bei Everton, oder? Kann sein. War da kein Foul? Nee, anscheinend nicht. Hummels. Jetzt Konter. Aber war das gegen Pipi effektiv, normal? Äh, das ist normal Pokémon, weiß ich nicht. Dickdreh. Weil normal ist eigentlich immer egal. Ich nehm Dickdreh. Nee! Jaaa! Wo gerade beim Judas ist, aber das war ja groß. Groß, das ist ja cool. Alter! Hör wohl, das war kein Foul. Beigespielt. Wurde abgefiffen. Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Keine Abzahl! Oh! Alter! Ecke! Boah, Judas! Ich hab was gedacht, das wäre Bellarabi. Und dann war Judas. Der sah so braun gebrannt aus. Voll Bellarabi mäßig. Der hätte lieber in die Mitte passen sollen. Ja genau, der hätte Müller hingehauen. Oder wer auch immer. Dann war der Tor nämlich leer. Obwohl, vielleicht die Kopfgeldchen rüber kamen. Ja. Aber vielleicht die Kopfgeldchen rüber kamen. Ecken. 9 zu 0 für Deutschland. Hummels auch, schade. Ja, das war ruhiger. Nein, nur Frau Hummels. Weiß auch. Sehen gleich aus. Beide so deutsch. Obwohl, Hummels sieht ein bisschen wie ein Afrikaner aus. Ja, das stimmt. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas gegen Afrikaner hätten, aber... Ne, haben wir nicht. Nur Afrikaner. Nur die, die Ebola haben. Wir sind froh. Deshalb gib einen Daumen nach oben, damit Ebola geheilt wird. Man kommt zwei Daumen nach oben, dass es wieder aufrufen wird. Und drei wieder geheilt. Also nur ungerade Zahlen sind geheilt. Genau. Also wenn ich für Ebola seid, müsst ihr dafür sorgen, dass es zwei sind. Oder vier. Oder sechs. Naja, gegenseit so. Eins, drei, fünf. Oder... Ich muss zur großen, feinen Fläche hier gehen. 21. Was? Ja, große, freie Fläche. Und dann wird irgendwo ein... Jingschen. Im Anschluss. Bla bla bla. Und bla bla bla. Und England und Spanien. Und was? England, Spanien, Italien, Niederlande? Wird immer auch gespielt. Wohl. Die Ergebnisse können wir denn im nächsten Podcast noch vortragen. Wie da momentan steht. Was? Shit heavens. So wurscht. Down-Summer umgeben. Zeit zurück. He 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 he. 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 Hat nur drei KW. Ja, hab ich auch gesagt Zeit lang. Die Lache war geil. Nein. Doch. Boah, wie der Spuck, Alter. Das Gesicht. In HD sind die alle so hässlich. Obwohl das ist kein HD. Egal. Trotzdem verhässlich, wenn die schreien. Ja, okay. Die sind cool. Au. Wenn du aus der Höhle bist, würde ich auch mal sagen, Parts enden, ne? Ja. Haben wir schon wieder... Ey, letzter Part nur die Höhle fast. Dieser Part fast nur die Höhle. Die Parts davor waren richtig cool. Erst war diese Höhle und jetzt war scheiße. Früher war alles besser. Ne, was in diesem Part aber geil war, weil Groß das Tor gemacht hat. Ja, egal. Und dann gucke ich das keiner an. Das ist voll... Ich will mir einfach ein bisschen zu lang. Vielleicht ist irgendjemand auch was. Schreibts in die Kommentare, wenn ihr jetzt noch dran seid. Ja, genau. Ja, genau. Das ist voll die gute Idee, ne? Das ist voll die gute Idee, ne? Eine große freie Fläche, glaube ich. Ah, Mann. Das ist eine scheiß Höhle, ja. Hä? Kleckstunnel. Irgendwo ist ne... Irgendwo ist ne... Irgendwo ist ne... Irgendwo ist ne... Jetzt. Oh, Podolski. Seid ihr alle dumm? Ich meine, sie alle im Podolski-Schuss? Jawoll! Da war aber keine Leiter. Da war aber keine Leiter. Egal. Hast du das gesehen? Ja. Alter. Naja. Ja. Oh Gott. War knapp. Das war... Erik Durm war's. Hast du? Erik Durm. Danke. Danke Durm. Ja. Ohne Durm wäre es jetzt schon wieder unentschieden. Weil der Fliegenfänger hätte den 100 Pro nicht gehabt. Nee. Und da jetzt noch mal von Hummels... Für die Aktion hat Hummels... Da hat Hummels auch Geld für gekriegt. Egal. Egal. Wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr uns mit einem Daumen nach oben unterstützen. Beziehungsweise mit einem... Daumen nach oben für das große Tor. Ja. Bis zum nächsten Part. Ciao. Tschüss.